Na! Ach, ja, genau oben bleiben! Da kommen wir nicht hoch! Aaaaaah! Scheißkoloss, ey! Scheißgegner! Der absolute Angstgegner hier! Aaaaaah! Oh! Ja, renn dir den Schädel ein! Das hast du überdient! Na! Weiter! Nicht stehen bleiben! Na! Scheiß hier! Auf die... Aaaaaah! Ja, toll! Ganz toll, ey! Aaaaaah! Ich hab das am Kopf getroffen! Steh auf, du Depp! Alter! Glotz nicht so blöd! Steh auf, Wander! Du willst ein Pieces von mir! Du willst ein Pieces von mir! Ja! Ich hasse diesen Gegner. Meine Kletterfähigkeiten sind auch absolut brillant in diesem Level. Gott, ey. Los, weiter. Los, los, los. Los, weiter. Los, los, los. Los, weiter, los, weiter, los, los, los. Und jetzt auf auf diese Säule. Ah! Scheißvieh! Okay, und jetzt bin ich hier oben. Was jetzt? Na, 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 traust du dich, traust du dich? Dummes Vieh! Dummes Vieh! Ich bin mal fein auf Bogenreer mit dem Scheiß, ey. Oh! Ja, ich fall noch runter. Ich seh noch, komm. Du. So, jetzt reicht's mir. Aber echt. Du edelst Ding. Du edelst Ding. Der ist komplett gepanzert. Ah! Ah! Da, 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 da. Wann da! Die Festourer! So viel dazu! Der hat uns die Säule umgeworfen. Ah, jetzt können wir auf die Säule... Weiter, weiter, irgendwie, irgendwie... Wir müssen den Weg finden, irgendwie dessen Rüstung zu zerschmettern. Im Moment können wir nichts anderes, als von dem Weg laufen. Ja, renn gegen den... ...Wandschädel, ey. Und hoch, Wander! Und hoch! Du hast nicht genügend... ...nicht ohne Grund so viel Ausdauer. Also, mach auch was für dein Geld. Wow! Ha? Rennt der, die Säule hier auch um? Na, traust du dich? Ich sitz hier oben. Hä? Ja, bist du wüppend auf mich? Dummes Ding. Du sollst dir ja nicht den Rücken zuwenden. Dummes Ding! Ja! Oh! Alter! Dummes Ding! War das jetzt richtig? Nein! Nicht ganz! Doch! Ja! Agro lässt grüßen. Stein, der Pfeil blockt, lässt grüßen. Ey, jetzt dreht er den Arsch nicht zu mir hier. Hey! Hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Dummes Ding! Dummes Ding! Jetzt hat er auch noch Schiss, ey! Ah! Meisterhaft! Und weiter rauf! Warum tue ich das hier alles, ey? Wo ist er? Dachte ich gerade, der Teig! Da! Hört an! Tut mir leid! Aber ich sehe gerade, dass ich hier schon wieder irgendetwas... Ja, das ist... Ja, das ist... Ach, Mist! Reunzeltal, vertikal... Ja, ich weiß nicht herum, aber ich brauche invertierte Steuerung, wenn ich mit dem rechten Stick arbeite. Aber ich brauche normale Steuerung, wenn ich mit dem linken ziehen muss. Das ist echt... Das ist echt... Das ist echt... akku auf die einmal schön gegen den ich sitze noch drauf und ich sitze noch drauf hat diese scheiß felsen du sollst hier nicht so dumm rumlaufen ja 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 nein 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 doch 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 nein was mache ich denn was mache ich denn das ist eine gute frage seht euch diesen scheißvieh an ey auf den tempel drauf bitte ja halt dich fest du uhrer na tupac schuld gegen kopf gestoßen hörst du auf hier so randale zu machen du scheiß tiger löwen ocelot verschnitt du geistesgestörter irrer du geistesgestörter irrer damit meine ich übrigens dich wander der typ hat doch eindeutig zu viel schwarzen süff gesüffelt katz ihn katz ihn also irgendwas habe richtig gemacht irgendwas habe richtig gemacht ich glaube dass die tot doch nicht wir haben wir das überlebt hallo na 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 ich beschieß dich gerade das merkst du schon oder d ne sind wir hier gerade am ausgang angekommen hoch oh gott oh gott oh gott scheiße der kann die zerstören Scheiße. Wanda, wach auf. Wach auf, du Jiff-Junkie. Gott, ey. Das hat mich schon gefragt, warum kann ich ja wieder hoch? Ah! Na, komm! Ich habe eine Idee. Na, komm, los, du! Na, los! Toll dich, ich weiß, du bist zu dumm. Ja, das gibt ordentlich Kopfschmerzen, Jörg. Das gibt jetzt mehr als ordentlich Kopfschmerzen. Zuerst ist es ein drückender und dann ein stechender Schmerz. Ah! Scheiße! Steh auf, Wander! Na? Na, komm! Für die ganzen elenden Razzane! Na! Na! Ich bin... Ich lasse gerade die gesamte Wut aus dem Machen raus, ey! Hoorfeuer! Boah! Scheiße! Du elendest sie! Ach, du kriegst mich ja nicht los! Der ist auch wirklich hartnäckig. Ach, Gott, wie einfach... Eins auch mal rein, ey! Da! Vergiss es! Wir haben mehr Ausdauer als du! Wir haben genügend Echsen umgebracht, um dich dreimal umzubringen! Eile des Pelzviech! Schwarzer Siff! Ja, das macht ja der Jiff-Zunkie! Geh doch! Das sieht gerade sehr lächerlich aus, was ich hier treibe! Jetzt versucht er uns sicher zu skalippieren! Ich halte mich fest! Doch nicht! Gott! Oh, meisterhaft ausgewichen! Rauf da! Na? Na, er ist noch immer ziemlich sauer! Ah! Gott, Gott, hörst du auf! Na! 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 Ach, zum Schluss. Ja, Banzer! Bist du daneben? Na, nochmal. Hey, los, du scheiß hier! Jetzt aber! Ja! 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 Jetzt hat der Banda platt gemacht. Ach, schwarzer Schiff, schwarzer Schiff, schwarzer Schiff, schwarzer Schiff! Moment mal, Banda ist doch inzwischen so ein schwarzer Schiff-Junkie. Na gut, man. Ja! Ja! Alter, so ein Scheiß hier! Ich hab kein Wort verstanden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Ich spazier jetzt noch schnell den Spielstand. Wir setzen uns einen Wir setzen euch im